Hey ho, look there! Heute bin ich alleine. Guckt, kein Jep Cille da. Wartet mal warum. Ihr wisst ja noch, was letzte Folge passiert ist. Ja, wisst ihr es? Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Ne, ich war... Wer es ganz genau wissen will, dann, der sollte sich jetzt ganz dringend die letzte Folge angucken. Oh, das ist ne werfbar scheiße. Ding. Okay, ich erzähl's aber nochmal. Er hat mich getötet. Warum hast du mich nochmal getötet? Keine Ahnung. Weil er behindert ist, also. Nichts gegen dich passiert. Ja, und daraufhin habe ich ihn getötet. Getötet hab ich ihn. Über... Überkauerte Schmerz, Mama. Weißt du, was mich manchmal so richtig ankotzt? Weißt du, was mich manchmal so richtig ankotzt? Ja, aber er ist trotzdem dabei. Rede mal bisschen, Basti. Basti? Rede mal. Ja, irgendwas ist mit dem los. Ah ja, jetzt rede er. Und du hast voll geil hier Wasser platziert, ey. Ich check das immer noch nicht, er weiß es keine. Ich weiß. Ich hab mich erschreckt. Ich sagte, jetzt kommt der nächste Clipper rein. Ja, die fangt ihr nicht aber alleine auf. Warum? Sag's, erzähl's mal den Leuten, du. Ui. Mein Vater hat meine Ecke ausgeschaltet. Weil er sie mir aufnehmen darf. Und diese Uhrzeit... Äh, er nicht mehr spielen darf. Aber gleich nächste Folge macht er wieder mit, ne? Machst du wieder mit, nächste Folge? Basti? Ähm, was auch immer passiert, ist mir voll nicht egal. Also, äh, kurz... Basti, ich mach... Ich stell dich mal auf, Basti. Was ist... Ach so, was war das, Basti? Basti? Hä? Was war das? Was war das gerade? Was? Was? Was war das gerade? Baba Ute, ich hör dich gar nicht, warte. Was war das gerade? Ich hör dich nicht. Ah, du hast in der Keller einen Zombie und so sicher gemacht, weil... Ja, warte, ich guck mal, warte mal, warum er mitgeführt. Kurzer Schatz. Bis gleich, Joe. Bestimmt. Okay, das war ein kurzer Schatz. Er hört mich wieder, ne, Basti? Hörst mich? Ja. Hm. Nein, ich hör dich gar nicht, weil ich was anguck. Ja. Ja, er guckt sich... Betty sieht vier an. Oh, echt geil. Ich guck mich an Jimmy an. Was guckst du ja an? Jimmy? Ein Lied. Was? Oh, deswegen... Oh, deswegen... Bitte nicht mitzwingen. Okay, ich krieg irgendwie die Kisten nicht mehr hoch. Die Kisten natürlich schön sortiert, ne? Ja, immer mal ein bisschen Spaß. Äh... 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 Basti... Basti, das stimmt. Das ist ja... Hey... Basti... 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 Vielleicht? Das Basti... Basti... schau mal kurz auf aber ich nehme mich an, ok? wenn du es zurück an musst ja, ok dann nehme ich an ruf du an wenn du fertig bist ja ok, also tschau Basti tschau bis gleich jetzt sind wir nur noch alleine und alleine macht man böse Sachen, nicht wahr? machen wir erstmal paar Öfen oben lassen wir jetzt mal kürtlich unten ist ja auch schon unser Lagerraum hier ist dann noch ein Öfen ich glaube ich gehe diese vor allem mal ein bisschen nach unten wir geben unsere Gefahren wie niemand anders ok, wir werden jetzt koppeln oh scheiße, ich habe keine Leitern dann schaue ich mich mal kurz wieder hoch was ich vorhabe, da habe ich mir ganz schon mal gedacht, oder? ja, ähm, also ich werde jetzt, ähm einen Weg nach unten so auf den Strip-Mining-Tunnel machen aber nur jetzt ein bisschen Koppel zu farmen also nur farmen aber ich weiß nicht, ob ich die teure Dierschütze benutzen soll also einen Ofen können wir schon mal machen ok, das wollte ich erreichen wir haben eh kein Holz mehr, also das ist einfach und zum Glück habe ich noch ein paar Wandsteine das würde ich noch ein paar Garten ok oh ja, diese Kiste werde ich auch noch ein bisschen sortieren und diese Kiste wird eine einfach so eine Holz-Sands-Kiste so und so halt ich habe noch mehr Schnur und das ist die Werkzeugkiste ich mache mal noch Kisten ich mache noch ein bisschen Holz ich mache mal noch zwei Doppelkisten so, ich abwerte, ich will jetzt nicht, ok eigentlich sollte ich nur Fichte benutzen, weil das jetzt egal, wen interessiert ich will noch eine aber nächste Folge wird wahrscheinlich wieder mit ihm sein wenn ihr nicht wisst, wieso, dann guckt euch unbedingt die letzte Folge an er hat also schon mal einen Mini-Tipp oder ein großer er hat verdockt ich habe aber alles verbrannt, also das ist die Mob-Drop-Kiste also die Drop-Kiste ok, ähm wenn ihr mal, ihr könnt auch auf dieser Map spielen, wenn ihr wollt müsst mich halt anschauen, mein Gamer Tag schreibe ich mal in die Beschreibung schreibe ich hier ja, ich schreibe ich mal Gamer Tag in die Beschreibung gucken könnt ihr dann auch aufgenommen werden, wenn ihr Skype habt wenn ihr kein Skype habt, dann ihr könnt euch auch einfach mit eurem Microsoft-Konto anmelden auch nicht ich werde dann ein bisschen schneller ich werde dann auch ein bisschen schneller boah, hier frisst sich die Kohle immer so schnell weg ich werde dann auch ein bisschen schneller ich bin noch ich bin noch ich bin noch ich bin noch und in die Kiste tue ich auch noch Erde und Sandsteine jetzt habe ich noch ein Stückchen Kaktus in die Kiste glaube ich ja Farbkiste halt wie die Rosen und die andere Kappe halt immer ne die Schneewelle, wodurch die Schneewelle hin ich lege sie mal zur Ausrüstung, weil mir jetzt nichts besseres einfällt weil wertvoll vor der Tür... ne, die sind nicht wertvoll oh, wir nehmen schon 10 Minuten auf, ich muss mich beeilen einmal mitnehmen ich mache mir jetzt eine Enderpferde, super weil ich in Lava sterben muss oh, ich weiß jetzt nicht wo die Mine ist, wo der der Basti, also in der Zelle wo der die Lava gewollt hat, das weiß ich jetzt nicht dann könnten wir nächste Folge, wenn ich diese Mine finde ich weiß mal noch wo schon ungefähr war vor allem bin ich hier rausgegangen nächste Folge, äh ne, vorher zur Folge also ich... wir haben heute diese Folge aufgenommen, wo ich aus der Höhle raus bin das ist immer noch am gleichen Tag okay, ähm, ich guck mal wie viel das Video in der Zeit schon mal hat ich kann dabei bisschen drumlaufen das Video hat wie bin und 70% ja auch noch ne halbe Stunde ungefähr ne ne, bisschen mehr steht da aber das schmeiß ich einfach weg, wenn ich nicht mehr drauf habe okay, ich bin behindert rumgelaufen war sehr, sehr nützlich ist ja... oh ne, ich hab meine Knochen nicht dabei ah, man braucht dann Hunde ich meine halt im Spiel jetzt nicht hin irgendwie laufe ich mit einem Dier-Spiel der alten Schwert und alten Schaufel und alten Wüßungen und eine Steinaxt auch mal geil auch ohne auch ohne das könnte nicht sein auch ne, für euch wird's übelst dunkel für mich und für mich ebenfalls ich hab's nur übersehen ich hab's nur übersehen schon mal hochgebaut, kann das vielleicht sein, könnte glaube ich sogar so sein. Ja, ich zeig mich erstmal mit Fackeln hoch, sehr logisch, die Logik-Kurz-Tage ist ja wie immer super, nichts gegen Logik, ich merke immer die Stelle mit einer Fackel, dass ich nicht wieder runterspring, boah, war mich hier irgendwo noch Fake-Schnieder, und ich könnte mir auch mal in die Kommentare schreiben, was wir als Mitglied machen sollen. Ich kann verstehen, haha. Dann kann ich noch mal etwas... Ich brauche eine Lecker. Oh, ich dachte gerade, ich stürze jetzt wirklich offen. Oh, warte, ganz. Oh, ich glaube, ich habe die falsche Rüstung angezogen. Ja, können wir anfangen, wir jetzt mal ein bisschen Monster. Wiegele... ... ... ... ... damit werde ich noch was schönes anfangen ich denke, ich kann nicht den sehen, den sehe ich auf jeden Fall oder wenn ich den Geist zu gehen muss nein, wenn der Gampo oder wer, wer ist jetzt weg ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause, dann wir haben schon genießt Zeit verbracht damit wer auch einen Youtube Account hat und mal mit aufnehmen will ich kann ja auch mal so hier mir schreiben ist eigentlich egal, wo Kommentare oder Ding da stehen die so schön, die muss ich einfach mitnehmen und wie ihr wisst, haben wir die schön Level verloren ich bin nur auf Level 4 und für die Monsterkiste ich mache sie jetzt nur für die Monsterkiste wenn ich mich mit der Hand umgehe ich muss mit dem Stein nicht antigen aber jetzt gehen wir nach Hause ich nehme auf den Weg noch ein bisschen mit 3 Creeper verarsch mich halt warte, ich muss schlecht werden vielleicht kann ich das halt von mir benutzen eben ja, ich habe jetzt und dann immer noch 2 komm irgendwie schaffe ich das auch irgendwie schaffe ich das noch und wir haben ok einstellen und auch nie Nein, ich lasse das nicht. Wieder mit meinem Eisenkinn natürlich. Oh, die Folge ist schon 60 Minuten und ich sehe nicht unser... Okay, den muss ich hunderte mit ihm. Spinnen geben, Lisa. Scheiß picture. Oh, der hat sogar Spinner umgebracht. Komm, überlebe. Komm, noch zu den Chat. Perfekt. Boah. Ey, da steht einfach mal sonst in der Luft. Und da passiert nichts. Geil. Geheine Treppenwege jetzt. Neue Minecraft. Geil. Ich bin da echt sicher. Ich glaube da ist ne Höhle. Bestimmt, wenn ich ne Höhle oder was. Ich bin da nicht, ich bin da nicht. 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 und um die Folge wird immer länger geht es eigentlich schon dann kommt kein Schnee weil der Schei sind wie einfach gleich ein Heu da schicken das hier um die Verloten kein Zombie-Kartore oder so vielleicht bin ich etwas ruhig aber das wird sich irgendwann noch ändern oh ne, ich habe keine Schaukel ich werde ein bisschen Schnee sammeln die Charmatten-Kindee die sind geile die Sampo da oh, fast ein TNT äh, fast ein TNT, ja äh, noch zwei TNT ok sehr schlau gesagt vielleicht werde ich mal die Welt sprenge und dann direkt speichern ok das lass ich mir jetzt entgegen machen nicht wahr das brauch ich denn nicht ok ich hab eh ein Schloss frei jetzt hat er nicht so schnelles geht nach Hause mach die Kiste noch mal oh ne wenn da Sachen waren, sind sie durchspawn hoffentlich war da nicht wertvolles ich guck mal nach dem Video ob ich die Sachen überhaupt und wie hingelegt hab ach scheiße voll verschwindet wohl nicht schnell nichts nirgends 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 da ähm boah ich hab so viele Kisten noch aber ich weiß gar nicht wohin ich leg mal das Erd aus also mal hin die Sets gehen und so da hin holz, holz, holz holz holz, holz das Wasser hier stört und da muss man die lange anrücken hoffentlich hab ich nichts wirkliches verloren, ey wieso hab ich nen Schneeball immer noch ich hab die Knochen verdreht und okay und oh ne die Folge wird über lang die schon 20 Minuten ich hol schnell die Sachen irgendwie und dann mein ich geh so schnell das geht zu Ende nein oh gut das ist nämlich irgendeine Scheiße und setzt die einfach hin, dass keine Zunis und so durchkommt oh, nein nein genau das meinte ich nein nein kacke mein Chicken kurzer Cut bis gleich, ciao ich hab's ganz kurz repariert, oh ich ich hab's mit den Creepern zu tun, ey boah wie es einfach mal langweilt immer diese Creeper bei wenn ihr auch mal so Creeper Probleme habt irgendwie sind Creeper echt sichtig vor mein Haus zu explodieren und das ist da kann man das ist ein Kommando, dass ich die Folge so schnell das geht beenden sollte und ciao bis zum nächsten Mal ja nächstes Mal wieder mit dem Bastia ciao schau schau